Fletch, 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 Fletch. Da drunter? Genau da, ja, andere Seite. Der ist hier drin. Wie erst mal 3 drun, da wieder nicht außen. Ja, ist wieder rein. Der war im Südwesten irgendwo. Ja, hier ist auch offen, passt auf. Ja, es kommt ab. Fuck, der ist gejammt. Habt noch jemand ne Drohne übrig, dann schmeißt der jetzt ne Granate runter. Dann ist der jemmer weg. Negativ. Irgendwie mal den Honig holen. Ja, hab ich. Gut, dann schmeiß ich jetzt den Geld rein. Hab ich gesehen, oder? Warte, ich schmeiß noch nicht rein. Ja, komm, gib, gib, gib. Ja! Na, schnell. Ist noch ne Drohne? Nein! Was? Du dumm, du dumm, du dumm. Was? Den Düben döden, Leute. Warte, geh weg, geh weg, geh weg, Flux! Ja! Flux mich mit deinen dicken Titten, Alter. Ne Sau. Ah! Ey! Unten bei der Bäckerei, Haupteingang. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You will be spotted by hostiles far back. Eiskalt abgewartet, Mann. Eiskalt. Alter, die sind C4, Mann. Ich bin raus! Reloading! Ich bin raus! Oh! Das war ne Küche runter. Oh! 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 Verstärkt dort noch schnell die Luke. In der Küche? Ja, in der Küche. Oh! Komm, mal einer mit mir mit, falls die Cavalry mich erwischt. Können wir Garage reingehen? Hier, über uns oder unter uns? Steppt euch was, Stromi. Ich schau gerade mit der Drohne. Müsst ihr unter uns sein? Äh, Fabian, über uns ist das Fenster offen. L- Ja, aber wir können jetzt... Loi! 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 Nice. Loi! 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 20, ne? 4 5 1 5 5 5 5 5 5 6 Geh mal nochmal mit Schild, gerade aufrecht. So, geh du vor mit. Halt still Arne. Ja. Der Rock ist zurück, der hinten noch. Geh mal einen Schritt nach links. Noch ein Schritt nach links Arne. Wtf umstirp. Ich nöpf ihn nicht. Ja, gut. Nice. Top. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Wie auch immer. Aber das funktioniert echt gut. Man, er ist gleich mit zwei Schilfen, Mann. Ja. Ich stelle mir vor, ich wäre Black Deer gewesen, Mann. Vom Halbdach, da wo Arne steht. Guck, Stürmen ist gerade richtig mit Schweiharten-Modus. Oh Gott, da ist halt echt einer. Ich will mich glauben, ne? Ich will die Hilfe brauchen. Soll ich die distracken? Nee. Dein Einsatz. Hab Ash. Da ist noch einer oben. Wo ist oben? Auf dem Vorsprung bei Arne. Ach, warum renne ich in die Clay rein? Welche Clay mal? Die, die hier... Die extra für ihn da hingelegt worden, damit er jetzt mad ist. Ja, guck mal. Guck mal. Da unten rennen wir weg. Wo hast du denn? Das war dann Serverdosing, weil ich auf diese Claymach hab ich mein Zivil geschmissen, damit ich da rausrennen kann. Ja, geh gehen, ey. Dann war das bei dir nicht kaputt. Wow.